Live-Radio. Top-Thema. Der Podcast. Achtung aktuell in den Bergen, denn mit dem Neuschnee am Wochenende ist auch die Lawinengefahr ziemlich angestiegen. Je höher es hinaufgeht, desto gefährlicher ist es und darum haben Experten auch die Lawinengefahr auf bis zu drei erhöht. Auf der fünfteiligen Gefahrenskala. Heli Steinmastl, der Lawinenreferent der Bergrettung, sagt uns. Dort, wo viel Schnee drin liegt, ist natürlich super zu fahren, aber dort ist es gerade ein bisschen gefährlicher noch. Man sollte besser noch ein, zwei Tage zuwarten, dann kann man diese Hänge schon wieder befahren. Oberhalb der Waldgrenze sind Skitouren momentan riskant. Gestern etwa sind rund um das Skigebiet Wurzalm sogar Hänge gesprengt worden, damit dort keine Lawinen abgehen. Sonntag haben wir gesprengt, haben wir versucht auszulösen und es ist ein relativ geringer Sprengerfolg gewesen. Das heißt, die Verbindung ist eigentlich schon wieder relativ gut gewesen. Diese drei Tage, praktisch Freitag, Samstag, Sonntag, die sind doch schon einigermaßen wieder stabil gesessen gewesen. Aber wer vorhat, in den kommenden Tagen eine Skitouren zu gehen, worauf muss denn die aufpassen? Die Hänge über 30 Grad, sollte man sich sehr gut überlegen, was man tut und wo man Zeichen sieht. Und da sollte man sich die Schneedicken einfach anschauen. Kurz eine Grauben schauen, wie die Schichten verbunden sind. Und sobald ich sehe, dass sie gut verbunden sind, gehe ich weiter und gerade vielleicht auch zwei, dreimal noch weiter eine, also nur mal eine. Und dann bin ich mir sicher, ich kann durchgehen. Oder ich sehe, dass Schichten so sind, kritische, dann drehe ich um oder umgehe die Hänge. Aber schon in den nächsten Tagen soll es wieder sicherer werden. Da setzt sich dann der Schnee noch weiter, sagt uns Hellstein-Massler. Aber bis dahin gilt Vorsicht, vor allem oberhalb der Waldgrenze. Wenn man einmal die Lawinengefahr ist, ein Punkt, die Hauptgefahr ist jetzt eher, dass man keinen Untergrund hat. Wir haben ganz wenig Untergrund, das ist wie der erste Schnee praktisch. Und durch die Köthen ist der Schnee so weich geblieben, dass man überall reingrundelt. Sobald Stahner ist oder sonst irgendwas drunter ist, spürst du alles. Und da ist die Verletzungsgefahr größer in die Höhenlagen als die Lawinengefahr. Über 1800 Meter oder über 1600, 1700 Meter hinaus, da ist die Lawinengefahr natürlich auf jeden Fall so beachten. Darunter einfach, weil so wenig Schnee ist und drüber die Lawinengefahr.